Eine neuwertige 3-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Berlin. 2014 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über eine Einbauküche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 95 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 1610 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Die Etagenwohnung Die Etagenwohnung Die Etagenwohnung